Was ist mit dieser Frage, ich sag mal Ultima Ratio, ein Hund aus reingeschläfert werden, umgehen in einem mit den Bezirken abgesprochenen, gestuften Prüfverfahren? Und in dieses Prüfverfahren ist mit gewissen Hamburger Tierschutzvereinen eingebunden, weil die Hunde, bei denen Tatsachen, die auf zukünftige Gefahren schließen lassen, eben nicht offenkundig sind, zum Hamburger Tierschutzverein gebracht werden und dort beim Wesenstest strukturiert und erzogen. Ich habe, wenn ich an die Worte von Thomas auf den Wunnen denke, der gesagt hat, dass diese Wesensteste so gut sich überhaupt nichts bringt. Also wenn ich meinen Hund, wenn ich jetzt einen Kampel habe, war der Jahr zum Beispiel, dann ist ein berücksichtigtes Interesse, bei einer unwiederlegbaren Vermutung der Gefährlichkeit des Bundes, überhaupt null und nicht hin ist. Das wird nie jemand formuliert. Darf ich das nochmal klarstellen? Also es gibt bei der Übernahme eines sogenannten gefährlichen Hundes, sei es Kategorie 1 oder 2 oder auch 3, ganz erhebliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um nachzuweisen, dass man eben auf der einen Seite befähigt ist, ein solches Tier sachgerecht, das heißt tierschutzgerecht auch zu führen und artgerecht zu führen. Auf der anderen Seite kommen dazu Merkmale wie charakterliche Zuverlässigkeit oder insgesamt die Zuverlässigkeit dazu. Und ein Merkmal, das zu überwinden sein muss, ist die Frage des sogenannten berechtigten Interesses. Eine solche Formulierung haben wir in der Verordnung in Bayern. Und was ist das, das berechtigte Interesse? Das berechtigte Interesse wird sehr restriktiv ausgelegt. Ja, was ist das genau definiert? Keiner äußert sich darüber, was ist ein berechtigtes Interesse. Doch, dazu haben wir, wie auch in den anderen Ländern, die eine ähnliche Formulierung haben, ich verweise auf Bayern seit 1992, dort die Praxis, dazu haben wir ein gemeinsames Verständnis entwickelt mit den Bezirken. Wir haben den Bezirken dazu entsprechend das Material auch an die Hand gegeben, zur Hilfe eben bei der Auslegung des sogenannten berechtigten Interesses. Ich habe das in mehreren Pressekonferenzen hier erläutert, unter welchen Voraussetzungen wir von einem berechtigten Interesse ausgehen können. Es muss sich dabei handeln zum Beispiel um ein außerordentlich ausgebrechtes Tierschutzinteresse, das aber nachgewiesen werden muss. Wie kann man das benachweisen? Das kann man nicht nur behaupten. Ich nenne den Fall, den wir hatten, abstrakt jetzt einmal, dass eine Familie einen Hund übernommen hat, der nicht artgerecht geführt worden ist, der Kategorie 1, schon als Welpen übernommen hat, um die Tötung dieses Tieres zu vermeiden. Weit vor Inkrafttreten dieser Verordnung hat sehr viel Mühe darauf verwendet, diesen Hund so zu führen und zu erzielen, dass er eben beherrschbar ist in jeder Lebenssituation. Diese Familie ist sehr sicher im Umgang mit diesem Tier, diese Familie ist gut beleumundet, also in diesem Sinne auch nach der Verordnung zuverlässig und erfüllt sonstig alle Voraussetzungen. Eine Hundewelpen-Schule ist besucht worden, eine Hundeschule nachher bei Erwachsenwerden des Tieres und anderes mehr. Unter solchen Voraussetzungen können wir uns vorstellen und auch die Bezirke praktizieren dies, die Annahme eines berechtigten Interesses. Das lässt sich aber immer nur im Einzelfall nachweisen. In diesem Fall, Herr Leto, Entschuldigung, Herr Brecht, da muss ich Ihnen einen ganz konsequenten mitgeben, nicht Ihnen persönlich. Aber dieses berechtigte Interesse, was Sie gerade schildern, was von diesem Halter vorgetragen wurde, und das ist abgelehnt worden. Genau. Und das war eine Schwellerei. Drei Jahre lang wurde dieser Hund gehalten. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Die Pressekonferenz, das widerspricht. Aber wir wollen auch für Klarheit in der Öffentlichkeit. Das können wir dann am Rande machen. Ich möchte für die Presse ganz gerne die Halle vorstellen. Ich möchte hier nicht einzelne Diskussionen. Aber ich will nur sagen, Herr Pong, darf wir beide haben über den Zahlen. Wir arbeiten nicht auf Fragen. Wir arbeiten nicht auf der Halle. Sonst würde ich auch nur sagen. Diese Dinge sollen nicht sein. Und das will Herr Leto, nein, wir dürfen nicht sein. Das spielt die auch nicht mit. Das ist ja zum Teil sehr vereinflusst und behauptet, wir töten diese Tiere quasi nach Fließbandmethodik. Das ist nicht so der Fall. Seither, seit fast drei Monaten ist es die Tötung von sieben Hunden gekommen. Insgesamt glaube ich elf, weil sie nicht dazu noch erkrankt waren oder unheilbar erkrankt waren. Das heißt, in jedem Einzelfall beschäftigt man sich mit den Tieren, versucht eine, ich darf es auch mal in Anführungszeichen sagen, eine Sozialprognose zu erstellen unter Einschaltung der Sachkunde des Hamburger Tierschutzvereins. Wenn dann der Wesentest ergibt, dass dieser Hund, der also nicht rauchbar ist, dann kann er freigegeben werden zur Vermittlung. Aber es bedarf nach wie vor, um das Gräuten zu sagen, kompliziertes Angebot, einer Erlaubnis, das heißt der Zulassung durch. Es ist aber auch eine Frage. ... in die Süderstraße geführt und getestet. Warum mussten Sie zweieinhalb Monate ohne Auslauf dort sitzen? Weil wir in der Süderstraße einen Stau hatten von 120 Hunden. Und warum haben Sie dann die Unterstützung von anderen Vierschutzvereinen hier angenommen? Ich habe noch keine Fragen zur Anlage. Ich würde nicht sagen, die gehen einfach mal mit dem Sicherheitskonzept. Dass die Hunde die Halle nicht verlassen können. So, meine Damen und Herren. Wo ist er denn? ... das war die Aufmerksamkeit. Sieht doch klasse aus. Sieht doch, Sieht doch, Sieht doch. Sieht doch, Sieht doch. Sieht doch, Sieht doch. Sieht doch, Sieht doch, Sieht doch. 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 Sieht doch. Sieht doch, Sieht doch. Sieht doch, Sieht doch.